Inga Maria Malke, wie ihr wollt. Sie hat's gewagt. Einfach so, ohne Netz und doppelten Boden, rein ins 16. Jahrhundert. Bis jetzt feierte man Inga Maria Malke für ihre messerscharfen Gegenwartsgeschichten. Und jetzt ein historischer Roman im Tudor-Gewand? Ich fand alle drei Bücher, darf man sich eins erlauben? Und ich wollte etwas machen, was einfach nur mir Spaß macht. Vielleicht brauchte ich auch einfach nur eine Entschuldigung, um mir britische Archäologiedokumentationen auf YouTube anzugucken, stundenlang. Unzählige Details dieser Recherche sind eingeflossen in diese Geschichte um Macht, Intrigen und Selbstbehauptung. Mittendrin eine, die man fast übersehen hätte. Mary Grey, eine kleinwüchsige Adlige. Cousine der mächtigen Königin Elisabeth von England. Mir hat die Perspektive gut gefallen, weil sie so ein bisschen im tunden Winkel liegt. Also sie hat alles miterlebt, sie war in allem ganz nah dran, aber sie war nie im Zentrum. Weil sie Ansprüche auf den Thron stellen könnte, hat man sie unter Hausarrest gestellt. Von hier aus beobachtet, wettert, schreibt Mary über blutige Familienfäden und fein ziselierte Machtspiele am Rufe. Und über die Wut unterschätzt zu werden, für die Welt unsichtbar zu sein. Niemand schreibt mir. Niemand will mich ins Ausland bringen und mit einer Armee zurückschicken. Niemand bietet seine Hand gegen meinen Namen. Ich bin die Unwahrscheinlichkeit. Ich weiß, wie sie mich ansahen. Eine Sprache, kühl, rotzig, so ganz ohne Schnörkel. Inga Maria Malker erzählt in »Wie ihr wollt« eine moderne Emanzipationsgeschichte vor historischer Kulisse, die bis in die Gegenwart halt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017